Herzlich Willkommen ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Anfragen bekommen ob ich für euch ein YouTube Design erstellen kann und die Antwort ist ja und die Voraussetzung ist ganz einfach dass sie einen aktiven Kanal habt wo ihr auch aktiv Videos hochladet und auch aktiv Kommentare und ähnliches schreibt und dazu noch dass sie mich in einen Featured Link packt was ist ein Featured Link ganz einfach das ist hier bei mir ich habe es unter Empfehlung dass ihr meinen Kanal verlinkt bei euch ich habe zum Beispiel hier einen verlinkt und wenn ihr zum Beispiel hier auf Module findet hier andere Kanäle dieses Modul da packt ihr mich einfach rein und packt das irgendwie sichtbar auf die Homepage zum Beispiel wie bei mir einfach mitten rein und dann erstelle ich gerne für euch ein Design natürlich müsst ihr mich dann anschreiben mit einer privaten Nachricht bei YouTube mit bevorzugter Farbe Bilder wenn ihr welche drin haben wollt oder bestimmtes Thema oder ähnliches oder ihr könnt mal einfach sagen dass ich selber eins erstellen soll dann mache ich halt selber eins und müsst euch dann anschauen ob das passt auf jeden Fall mache ich sowas und wenn Interesse besteht schreibt mich einfach an und dann werden wir mal schauen was sich dabei ergibt das sollte nur so eine kleine Info gewesen sein zu den vielen Anfragen und ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen dann 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 dann